TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Foto-Leinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de Wie heißt denn du? Ich bin der Flo. Flo, hast du zufälligerweise Lust, ein CW-Fotobuch zu gewinnen? Sicher. Warum hast du dich dafür entschieden, dich heute so in Schale zu schmeißen? Einfach ist es Kira bei uns in Dingelfing. Es ist Ausnahmezustand und da sollte man doch noch was Traditionellem ausschauen. Da wird man als Frau wirklich neidisch, wenn man dieses tolle Wiesen-Outfit sieht. Wer sind Sie? Ich bin die Silvia. Wohnhaft im Gottwöding und mit Leidenschaft eine Wiesen-Frau. Franz aus Dingelfing. Franz, du hast bestimmt Lust, ein CW-Fotobuch zu gewinnen, oder? Natürlich möchte ich so was gewinnen. Kannst du mal kurz erklären, warum du dich so in Schale geworfen hast? Es ist heute kein Auszug gewesen in Dingelfing und da sind wir für unseren Trachtenvereinen dabei. Und da schmeißen wir uns in Schale mit unserer Dingelfinger-Tracht. TV-Bayern-Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Fotoleinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de